Frankreich und in Österreich 2019 Und der Grand Slam, wie es immer so schön heißt Für Max Verstappen Paul, jede Runde angeführt und auch noch die schnellste Runde gedrät Joa, kann man mal nehmen Für uns ist der Karriere-Erfolg auch noch so ganz nebenbei für Max Verstappen Er hat uns Senna entfernt, was das anbelangt Der Bürgermeister der Gemeinde hier überreicht da auch noch die Trophäe Oh Gott, ist es ja nicht Ja, da geht es runter zu Peter und zu Walf Die haben Dr. Marco an ihrer Seite Ja, das ist Helmut, herzlichen Glückwunsch zum Sieg von Max Verstappen Wieder mal beeindruckt, Sergio Pelle Sein Verspritten fast wahrgemacht, dass er Richtung Podium drauf fährt Sie werden zufrieden Wir sind zufrieden, Sergio hat den dritten Tag am Start verloren Krattl ist bei ihm vorbeizogen und er ist zurückgefallen Aber generell Super-Rennen, Max Wir wollten nicht, dass er die schnellste Runde fährt Aber was kann man jetzt vor dem Rennen Na, wenn ich mich jetzt schon drei Verwarnungen gehabt Aber... Er wollte gerade sein, aber da wird er noch mal ein bisschen warmer Aber er hat 15 Sekunden Vorsprung, das wäre ja nicht so schön gewesen Das war selber, oder? Na ja, trotzdem, man riskiert in so einer Situation eigentlich nichts mehr Aber deshalb ist er ja ein Weltmeister, der da ist, oder? Genau so ist das, man hat mal keine Männern besser sein Helmut, unser Mercedes Off-Zicht hat einen guten Schritt nach vorne gemacht Platz 2, Platz 3 Große Schritte, bevor sie gefahren Wir haben sehr gute Fahrzeuge gefahren Ich glaube, wir waren auch mit den Hartenreisen Und wir haben auch mit den Hartenreisen aufgestellt Glauben Sie, was da noch passiert von Mercedes? Ist das schon der Schritt in die richtige Richtung gewesen? Wer wusste es nicht ganz genau? Du bist im Mittelsfall grundzufrieden gewesen Heute glücklich, ist man auch zufrieden Also, es ist doch ein bisschen so ein Wunder Das weiß ich nicht, aber ich habe unsere Hand aus Und solange man auch relativ gut wurde es Soll uns das beruhigen Das Thema Entwicklung ist euch ja ein bisschen genommen worden Durch die Strafe im letzten Jahr Wenn hier jetzt jemand rankommt, befürchtet es Du hast noch Probleme Oder zieht ihr das noch alles raus Und dann wird es jetzt schwer für euch Da, wir sehen das auch noch relaxt Weil das, was wir in der Pipeline haben, ist lange geplant Und wir haben ja doch gerade Wir sind bei 13 Sekunden und das ist doch einiges Helmut, vielen Dank für den Moment Irgendwann kommen wir hier zum Sieg Es war der 40. in der Karriere von Max Verstappen Also, ein dickes Ausdruckzeichen Hat er da nochmal gesetzt Toll, macht nichts Wir gucken uns die DNA in den Fastes Lab an Wie sie zusammengekommen ist Haben wir gerade schon ein bisschen gehört von Dr. Helmut Macken Geht vor, ich habe auch schon Ich erzähle es euch Na warte… Würde, Alm, auf Ah, Auld Dort unten war jemand im Wald Er lag etwas hat mich erobachtet Wenn wir schauen uin Und ich hatte hier W manners Leise Es ist so schön du erzählen Das zufrieden skriegt Ich habe es hier leider nur cherish Das ist nichts, das war's! Das ist die finale Staffel, jetzt streamen! Die Fans, die Fans, die Fans, die Fans, die Fans, die Fans zu haben! Ihrht schon ein Ding! Ich muss keine Angst aufbauen! Als ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich sofort für die Fltir elite, und im Moment die Angst zu verlieren. Wenn ich in eine White白beite steige, Ist das wie ein unvergesslicher Traum? Die Zeit ist so momentanisch. Ich sterbe schätze. Oh Mann. Alle Däumen und verliebt sich ein Querdecken von Wahrheitsregeln von Klempfung. Geberleibt, mach ernsthaft, Alter. Wie schon die Geschwindigkeit, schaffst du dich der Hintern. Nenn sie nicht, mein Rieseläume. Ist du mit mir ein Essen? Was ist denn? Der Wieseläume-Diru, schwer auf. Impfane! Ber... äh... 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 mh Brilliant, brilliant drive! äh... 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 Ihr Übergang liegt in Unterhahn. Jango Doll und ihr Team gehen Waffen an der 70er Auffangstation, die Liebe und die Läge, die sie verdienen. Schiff hat es mit Jango mit Jango Doll am 16. Juni auf Sky Nature. Sei dabei. 14 Events auf vier Kontinenten. Die Wonder Diamond League, das Meeting in der Welt. Freitag. Nur auf Sky. Was ich da? Schiff. Schiff. Schmeck, Milliardär. Sie beschreiben gerade mich. Was ist das? Bauerneb. Wunderbar. Weitermachen. Schmuck. Meine Herren, Sie arbeiten jetzt für das Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten. Er will, dass wir noch mal ins DNC einbrechen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Wolltes Wirkzeug? Er hat das falsche Wirkzeug. Wie war die Arbeit? Könnte sein, dass ich ins Gefängnis muss. Was? Wir werden gozexpern. Was ist das? Was ist das mit dem Setup von mir? Ich habe das in den Kommentaren. Was ist das mit demacho that we're at? Ich weiß es. Ich weiß es. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.